Erfahrung, Tradition, Innovation und Liebe zum Detail. Alles beginnt mit einer Idee. Qualität beginnt mit Verantwortung. Zeitlos, einzigartig, elegant. Unsere Arbeitsweise ist geprägt durch Standorttreue und Konstanz. Das spiegelt sich in Sorgfalt und langjähriger Erfahrung wieder. Vorausschauend Trends erkennen und diese aktiv mitgestalten. Persönlicher Einsatz und Know-how. Made in Germany. Der Garant für unsere Qualität. Wir investieren in die Zukunft. Wir investieren in die Ausbildung. Unsere Umwelt ist das höchste Gut. Nachhaltigkeit steht für uns an oberster Stelle. Darum verwenden wir ausschließlich Leder, Schließen und Beschläge von ökologisch nachhaltig zertifizierten Zulieferern. Aus einer Hand, aus einem Haus. Das ist unser Grundstein für Flexibilität und Zuverlässigkeit. Alles beginnt mit einer Idee. Qualität. Unsere Verantwortung. Seit 1899. § 21 991. Abspornsch Vielen Dank.